Statt zu schmelzen, verwandelt sich der Seetang zu Stein! Sollte er sich in Stein verwandeln? Verdammt und zugenäht! Die Lösung ist noch nicht bereit. Ich brauche reine Rotz-Essenz. Du findest sie in einer Höhle in der Nähe. Vor dir sitzt du eine aufgestellte Brücke. Wozu ist sie so nützlich? Wenn du ihr einen Tag verpasst, könnte sie brauchbar sein. Du bist in der Nähe der reinen Rotz-Essenz. Kämpfe weiter! Abkühlung für die Birne! Kinder, zumachen! Auf jeden Fall! Wieder im Geschäft! Knochen trocken! Komm mal los! Teufel auf! Bist du schon tot? Bist du eigentlich so viel mit meiner Körperkapazität? Aber ich will Magie! Bist du eigentlich so viel mit meiner Körperkapazität? Da drüben haben wir einen Verlierer! Kann es sein, dass ich so groß bin? Entsichert und im Anschlag! Die reine Rotzessenz ist so nah, dass man sie riechen kann. Sie wird schwer bewacht sein. Die reine Rotzessenzieren! 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 Schnell, heb sie auf. Genieße die Erfahrung. Einmal reiner Rotz. Viel Spaß damit. Perfekt. Damit kann ich die Lösung fertigstellen. Teufle diese verbesserte Meereseigenlösung auf den Seetang, der dir den Weg versperrt. Ich bin der weltbeste Alchemist. Der Seetang schmilzt und gibt den Weg frei. Meine Alchemie ist die stärkste im ganzen Land. Meine Alchemie ist die stärkste. Meine Alchemie ist die stärkste.